so weiter geht's mit abendrot nicht abendbrot von canton und ja let's go oder ich kann jetzt schon sagen kann canton kriegt einen bonus für den beat und weil das ein video halt absolut geil aussieht ja schade das kann in einer anderen gruppe canton safe das beste video raus gehauen aber in der gruppe hat er halt leider parker zwei punkte für die hook ein punkt für den flow ein punkt für die stimme ein punkt technik noch ein punkt für den beat also canton bis jetzt sehr feierbar auf jeden fall ist sehr stabile hook ja ich laufe raus und fühl mich gut die sonne scheint mir ins gesicht zum ersten mal gefühlt seit jahren in all die zeiten hier waren trist so viele mega stark und garung der typ hat auch eine mega krasse mimik vielleicht ein und fürs der krieg tatsächlich ist der erste der für seine mimik einen punkt bekommt er wirkt halt einfach sympathisch man kann sich unterhalten ne viele zweifel hat gewissens bisse gleichgewicht gekippt doch wieder balance gewonnen ich bleibe optimist beim pala das auto sieht stabil aus wenn ich aus dem ballast der mich belastet hat hat es sagt dass ich jäger was ich mache ich mache damit es der masse passt und der kriegt noch einen punkt wie er die lines betont echt nicht schlecht kanton verkaufte wälze ich verstand so oft mich selbst nicht genie doch mit einem krassen vogel wie die boston celtic doch hab dazugelernt scheiß egal was du und der über mich so denken fuck er find den druck wie gutenberg nur seht jo und der kriegt auch noch wegen seinem stimmeinsatz einen punkt auch kanton wird sehr wahrscheinlich mehr punkte haben als in seiner quali wie jeder andere in dieser gruppe auch selbst vergesst was gestern war es zählt was morgen kommt nutz jede chance denn sonst erblickst du nie den horizont und der beat kriegt halt wieder einen punkt der beat kann doch noch auf jeden fall den geilsten beat der woche die golden aua sieh wie sich das licht bricht doch mich nichts langsam endet meine sicht sich sicher glaubt mir das ist der einzig wahre blickpunkt steig in den wagen tauch ins warme licht wir fahren richtung am schon sehr geil über die bridge kriegt halt auch zwei punkte keine ahnung ich würde wie ich weiß nicht ich finde das video halt echt richtig geil muss ich sagen wirklich echt schade dass er mit einer dass er mit parker in derselben runde ist weil der hätte mit diesem video einfach gegen jeden anderen das beste video raus gehauen das beste video in der woche der kriegt halt noch einen punkt weil er einfach herz hat also kanto gefällt mir mega und ich bin so unglaublich dankbar für alles was das leben bringt auch wenn es pathetisch klingt ich hab privilegien wie die wenigsten auf diesem und er kriegt halt noch einen punkt weil er einfach herz hat also kanto gefällt mir mega der typ hat einfach richtig herz in diesem song und kam er transportiert ist halt finde ich sogar deutlich besser als nikoreta nichts gegen nikoreta aber kanton für kanton ist richtig stark und ich kann die bewertung ich kann es halt null verstehen dass die bewertung ich kann es null verstehen dass die bewertung so wie soll ich sagen unausgeglichen ist ich kann es halt null verstehen diesen planet braucht nur ein blick in die medien und weiß dass die probleme die ich habe keine probleme sind die generation mit einer menge optionen zu viel zeit für eine entscheidung digger denken ist todze nachtsewig am abwägen gehen wir auf abwägen doch wollen unseren struggle hier nicht jedem zur last legen kopf fikt nix schock toxic tiktok off triss ich auf gott schick licht doch an boah das ist ne geile reimkette ne kanton ist auch recht stark manchmal scheint es so als wäre er nicht präsent sag wo er richtet uns in ne richtige richtung lenkt scheiß drauf ich laufe weiter in querfeld ein und nimm das leben wenn es schwer fällt leicht weil ich weiß dass sich jeder schritt hier gerade lohnt schau nach dem allerlängsten tag nach oben atemlos ins abend ort er in dem der auch hr er einen einzig hat und dann hat 1 1 der Abendrot, lass den Himmel wieder aufklang, ja, vergiss die Wolken, die mal grau waren, steig ins Auto und dann lass uns wieder rausfahren. Ja, und Kanton bekommt noch einen Punkt für das Gesamtpaket, ich weiß, ihr werdet mich jetzt alle haten, weil Kanton mehr Punkte hat als Kamru, aber Kanton ist bei mir Zweiter. Das hätte ich zuerst auch nicht erwartet, aber es ist so. Kanton ist meiner Meinung nach mega stark. Abendrot, lass den Himmel wieder aufklang, ja, vergiss die Wolken, die mal grau waren, steig ins Auto und dann lass uns wieder rausfahren. Wisst ihr was, auch ob, wegen dem Song und auch optisch, Kanton erinnert mich mega an Matrix, ihr kennt sicher alle Matrix, kann mir keiner sagen, dass ihr Matrix nicht kennt. Kanton sieht halt wirklich aus wie Matrix, nur halt weniger maskulin, aber trotzdem, ja, ähnelt Matrix, finde ich mega. Ja, ich laufe raus und fühl mich gut, die Sonne scheint mir ins Gesicht, zum ersten Mal gefühlt seit Jahren, ja, die Zeiten hier waren trist, so viele Zweifel hat gewissens, bis ihr Gleichgewicht gekippt, doch wieder Balance gewonnen. Ich bleibe Optimist, war ein Palast aus dem Ballast, der mich belastet hat, hat es satt, das ist egal, was ich mach, ich mach's damit, der Masse passt, verkauft der Welt sich, verstand so oft mich selbst nicht. Genie doch mit nem krassen Vogel, wie die Boston Celtics, doch hab dazugelernt, scheißegal, was du und der, über mich zu denken, fuck, erfind den Druck wie Gutenberg, nur selbst. Vergess, was gestern war, es zählt, was morgen kommt, nutz jede Chance, denn sonst erblickst du nie den Horizont, ey, Golden Hour, sieh, wie sich das Licht bricht, doch mich nichts, langsam ändert meine Sicht, sich, sicher, glaub mir, das ist der einzig wahre Blickpunkt, steig in den Wagen, tauch ins warme Licht, wir fahren Richtung Abendbrot, lass den Himmel wieder aufklang, yeah. Vergiss die Wolken, die mal grau waren, steig ins Auto und dann lass uns wieder rausfahren, ja. Stark, einfach stark. Warte, wegen dieser Händen Nummer, oh ja. Ach Gott, man. So. Ja, und ich bin so unglaublich dankbar für alles, was das Leben bringt, auch wenn's pathetisch klingt, ich hab Privilegien wie die wenigsten auf diesem Planet, brauch nur einen Blick in die Medien und weiß, dass die Probleme, die ich hab, keine Probleme sind. Ja, ich kann euch einfach hoffen, dass die Runde von Kanton weniger geklickt wird. Wegen den ganzen Nummer, ich hab keinen Bock, ein zweites Mal aufzunehmen, sorry. Generationen mit einer Menge Optionen, haben zu viel Zeit für eine Entscheidung, Digga denken, ist tot, sind nachts ewig am Abwägen, gehen wir auf Abwägen, doch wollen unseren Struggle hier nicht jedem zur Last legen. Ich hab einen Kopf, fickt nix, schockt, toxik, ticktok, oft triss ich auf, Gott schickt Licht, doch, ah. Manchmal scheint es so, als wäre er nicht präsent, sag wo er richtet uns in die richtige Richtung, lehnt scheiß drauf. Ich laufe weiter in Querfeld ein und nimm das Leben, wenn es schwerfällt, leicht, weil ich weiß, dass sich jeder Schritt hier gerade lohnt. Schau nach dem Maler, längst ein Tag nach oben, atemlos ins Abendrot, lass den Himmel wieder aufklang. Vergiss die Wolken, die mal grau waren, steig ins Auto und dann lass uns wieder rausfahren. Komm, wir fahren Richtung Abendrot, lass den Himmel wieder aufklang. Vergiss die Wolken, die mal grau waren, steig ins Auto und dann lass uns wieder rausfahren. Was soll ich zu dieser Woche sagen? Das war eine richtig starke Woche, finde ich. Und ja, Canton hat es bei mir echt auf Platz 2 geschafft und Kamru nur dritt, da ja, halt trotzdem. Okay, fangs bei.